Hallo meine Freunde und somit herzlich willkommen zu Outlast 2. Ja, wie ihr schon lesen könnt, enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Wir haben jetzt eine Schwierigkeit normal gewählt und zwar soll es ja natürlich kein Spaziergang werden. So, Lynn Langemann ist eine Entwüllungsjournalistin, oh mein Handy, sorry, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langemann, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Hört sich schon mal gut an. So. Also wie gesagt, das Spiel ist echt brutal, wer schwache Nerven hat, Blüte, bitte ausschalten, sofort. Ich bin schrecklich. Ich auch. Er kommt. Oh, wer kommt? Oh. Oh. Geht weg! Alter. Oh, fuck. Ja, es ist ein bisschen laut. Eie. Wen? Jessica, okay. Hm. Oh, nein. 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 Ich meine, ich war über Jessica Gray, von der wir Kinder waren. Oh, ja. Ich habe nicht über sie gedacht, ob sie in Jahren war. Hey, wir sind jetzt in die Reservationsland. Und jetzt? Du sagst, ich bin nach einer Art von Fabrik? Ähm. Naja. Halbwegs, ne? Na, okay. Da auch noch was. Okay. Wenn du so sagst, Mann. Du hast die Zeit gekauft. Okay, kann man machen. Ja. Machen wir. Jo, Kamera. Da haben wir sie. Die wird uns auf jeden Fall die ganze Zeit begleiten. Oh, was soll das denn, Alter? Sorry about that. My panel is a little soft, but, ah, we, we're good. Ja, ja, klar. Oh, Gott, ich sehe schon Kombi stürzen ab. Ja, ja, mach ich, mach ich. Ja, wir sind gut. Hm, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Summ, summ, genau. Sehr schön, machen wir weiter so. So, fertig? Sehr schön. Ich bin Lynn Langerman, hier für newstomorrow.net. Ja. Wir fliegen past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona, in search of the origins of murdervictors. Hey, Lynn. Oh, Lynn. Ich glaube, du solltest, murder? Wir wissen das nicht. Oh, ich sage, sie hat sich zu sterben. Oh. Das ist, was die Polizei-Report sagt? Wir spielen das vor der Doktor-Interviews. Wenn das in den ersten 30 Jahren fällt, müssen wir das Wort murder in da. Wir sollten wahrscheinlich den Fetus auch sagen, ich meine, wie es... Hier, lass mich versuchen, eine Version, die kann als Intro für die ganze Sache sein. Das ist, wenn wir gut sind. Wir gut sind? Wir gut sind? Zwei Wochen später, eine junge Frau war gefunden, bergabend, bergabend und alleine, auf einer bergenden Strecke der Highway, 100 Kilometer von der Nähe des Hauses. Oh! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, scheiße. Oh, Alter. Halt dich bloß fest, Alter. Oh, ho, ho. Alter. Scheiße. Okay, das war's. Rest in Peace. Oh. Ich hoffe, sie hat nicht losgelassen. Oh. Outlast 2. Ah, das gefällt mir jetzt schon. Sehr schön. Wah. Wo sind wir denn jetzt? Ist das eine Art Schule? Ja, ich glaube, das soll eine Schule darstellen. Ei, die Grafik... Oh, Gott. Ei, da ist das laut. Warte mal. Ich muss kurz die Loadchecker runterstellen. Das geht gar nicht. So, ich glaube, das wird erstmal ausreichen. Ei. Also, von der Grafik her muss ich ganz ehrlich sagen, bemerkenswert. So, wen haben wir denn hier? Wer ist das denn? Jessica. Aber wer davon ist Jessica? Und wer ist der Kleine da drauf? So, hier ist nichts weiterer drin. Ähm. Hallo? Wer ist das denn? Ähm. Hallo? Mister? Na, vielleicht ist es auch nur der Hausmeister? Wir reden uns das jetzt einfach mal ein. Okay, er ist weg. Hier können wir nicht durch. Jesus. Ei, ei, ei. Okay, bitte pass auf uns auf. Alter, was sind denn das für Geräusche? Das hört sich an wie ein Haufen voller Omas oder so, die da, keine Ahnung, irgendetwas versuchen, vor sich her zu sehen oder so. Keine Ahnung. Alter, hört sich das komisch an. So, ich glaube, wir müssen da vorne raus. Wir können auch nicht rennen. So, hinter uns ist nichts. So. Warum ist das so dunkel? Oh, wow, 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 wow. Wer ist das? Und schwimmen. Ui, 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 ui. Alles noch immer so... Oh, wo sind wir denn jetzt? Na, war doch nur ein Traum. Oh. Für Leben zu glück noch. Was gebrochen? Ich glaube nicht. Weg damit. Und nochmal. Und... Oh, meine Kamera. Gib mir meine Kamera. Danke. Oh Gott. Ja, du sagst es laut. Die versuchen wir jetzt erstmal zu finden. Aber was mit den Piloten? So, Tab. Um unser Ziel zu finden. Okay, Lynn finden. Kriegen wir hin. So, jetzt erstmal hier runterkommen, ne? So, ich glaub mal hier runter. Oh! Warum haben wir den Schaden abbekommen? Ei, ei, ei. So, erstmal runterrutschen. So, komm, weiter. Drücke Space, während du dich vorwärts bewegst, äh, um über einen Abgrund zu springen. Okay. Kriegen wir hin. Und zack. Ach, geschafft. So, weiter runter. Ei, ei. Beweg dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Jupp. So hat er funktionieren. So, nach links oder rechts, um dich an Vorsprüngen, blablabla. So, Control, um dich von der Kante fallen zu lassen. Jupp. Funktioniert. Einwand frei. So, und rüber sprengen. Kamera auswählen. Da fühlt sich jetzt der rote Kreis. Und. Wir nehmen ihn jetzt auf. Schau dir aufgenommene Videos an, um mehr über Ereignisse und Ziele zu erfahren. Drücke Tab und Kameramenü zugelangt. Okay, Kameramenü haben wir jetzt. Aufnahmen ansehen. So, warte mal. Wir können ja, ähm, ja, spielen. Ach so. Ach so. Ja, sie könnte noch am Leben sein. Das stimmt, ähm. Ach du Scheiße, siehst du das Bild komisch aus. Naja, mal gucken. So, das haben wir ja gerade. So, mal gucken, was das für ein Licht war. Kommt das vielleicht noch? Hm. Vielleicht hier? Die haben echt das genommen, wie ich mich bewege. Okay, da, da ist nichts Spannendes mit drin. So, wir gehen erst mal weiter. Ja, du sagst es laut. Nee. Nee. Oh, Alter. Schrei nicht so. Meine Fresse. Also, Lynn scheint auf jeden Fall nicht hier zu sein. Was ist das? Bandage mitnehmen. Mal gucken. Kann ich mich schon heim? Tab und Verbinder auszuwählen. Ach, guck mal. Da haben wir welche. Okay, wir sind unverletzt. Oh, aber dreckig sind wir. Meine Fresse. So, sonst noch irgendwas? Hier, Batterien für meine Kamera oder so? Hm. Nachtsich mit F. Yup. Das passt auf jeden Fall. So, ich glaube, hier müssen wir runter. So, aber erst mal schalten. Oh. Was ist das denn? Oh, f**k mich. Nee, nicht f**k mich, sondern... Ey, das ist krank. Alter, wer macht denn sowas? F**k das. Und ja, das war definitiv nicht... Ach, du scheiße. Das ist nicht durch den Absturz passiert. Denn da wurde hier definitiv rumgewickelt. Äh, die Gedämmel. Und man erkennt hier echt alles. Krank. Das Spiel ist einfach nur krank. So, aber wir wollen ja alles sehen. Mal gucken. Ja, spielen wir mal ab. Mal gucken. Alter. Ich weiß nicht, dass du seinen Namen erinnerst. Was für die F**k die Leute, die jemanden erinnern würden, würde jemanden erinnern. Ja. Jesus Christus. Ja. Das ist ekelhaft. Ekelhaft. Naja. So. Kameraden. Denn wir können hier gar nichts mehr erkennen. So, wo geht's hier lang? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach... Okay. Mit Eid können wir nach hinten schauen. Okay. Funktioniert super. Ja. Sieht gut aus. Ob wir das jemand, äh, benötigen? Ich weiß es nicht. Ich hab das schon beim ersten Teil nicht benutzt. So. Ah, guck mal. Hier wird's schon wieder heller. Sehr schön. Oh, das war eine schöne Spritztor. Ei. Ei. Ähm. Ob das so gut ist? Bezweifle ich sehr. Naja, aber wir müssen ja da erstmal hin. So. Renn und springen. Oh. Was? Was ist hier los? Alter, ist das gerade ein Sturm? Eieiei. Okay. Okay. Hallo? Ist da jemand? Äh, hallo? Ne. Es... Es ist sogar blockiert. Vielleicht hinter der Hütte? Ne, da kommen wir gar nicht lang. Hm. So, Batterien nachladen. Ne, das machen wir noch nicht. Wir haben ja noch genügend. So, hier befindet sich gar nichts. Oh. Wollen wir da rein? Oder eher nicht? Eieiei. Hallo? Ist irgendjemand da drin? Hallo? Oh Gott, ich will hier gar nicht rein. Eieiei. Okay. Oh, heilige Schöße. So. Was haben wir hier? Ja, okay. Mal gucken. Meine Liebe, süße Ellie. Ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Äh. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen. Ich kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen. Tom. Außer Gott verbrückt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Tag trost in den Armen, Papa. Was Knotz findest, für immer dein. Tom. Äh. Tom. Das ist nicht so schön, was du hier gemacht hast, ne? Genau, am Essenstisch. Ai, meine Batterien sind leer. Fuck. Ach, guck mal, da haben wir neue Batterien. Was war das? Oh, okay. Wir sollten mal echt nachladen. Da kommt ja gar nichts mehr an. Was war denn das? Die war doch gerade zu, oder? Okay, ähm, 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 ja, ich, ich, ich geh schon, ich geh schon raus, ich geh schon raus. Alter. Gänsehaut pur, meine Frau. Was ist denn mit dem Typen los? Okay, er ist weg. Okay. Oh, noch einer. Was? Lügner und Vater der Lügen. Okay, ja, wenn du mich so nennen möchtest, kannst du ruhig machen. Ich weiß nur nicht, was du damit meinst. Ah, ja, ja, okay. Mit Q und E können wir uns zur Seite lehnen, passt. Können wir hier rein? Nein? Lass mich bitte hier rein. Oh. Ach, du Scheiße. Nee. Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Nein. Nein. Das, nein. Alter, was? Ja. Sehr, sehr, sehr lecker. Ähm, wir hauen ja auch gleich ab. Ei, 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 ei. Okay. Tut mir leid, was mit dir passiert ist. Ah, ich will hier gar nicht mehr weiter. Warte mal. Hier konnten wir ja nicht rein, ne? Nee. Da befand sich, glaube ich, gar nichts. Ach, hier können wir uns verstecken. Mal gucken. So. Schnell verstecken. Okay, mit Q und E können wir rüber gucken. Aber die sind ja alle weg. Puh. Oh. Oh. Ei, ei, ei. Heilige Scheiße. Okay, da befindet sich nicht. Aber was ist das hier? Kannst du mir mal erzählen, warum du hier gewisse Äste in der Fresse hast? Und warum hast du dort noch Puppe noch in der Hand? Mann, du... Was ist mit deiner Haut passiert? So. Ist da jemand drin? Äh. Oh. Oh Gott. Mann, das hört sich echt zu an, als wäre da jemand... So. Langsam öffnen. So. Gleich wieder zubuchen. Yep. So. Ist da keiner reinkommen. So. Bandagen. Gib mal her hier. So. Was haben wir denn hier? Oh. Das ist ein bisschen lang. Äh. Leute, da würde ich sagen, ähm, pausiert es am besten und liest es euch selbst durch. So. Hier, ich summe auch noch ein bisschen näher ran. Fahr ein bisschen langsam runter. Nur für euch. So. Von Nisa natürlich. So. So. Was haben wir hier sonst noch? Ah, guck mal, unter dem Bett können wir uns verstecken. Und im Schrank. Sehr schön. So. Und wieder raus. Hier ist ja nichts mehr. Ähm, kannst du mal öffnen? Ach so. Da muss ich die Tür gerade öffnen. So. Dann. Oh Gott. Diese ganzen Nebengeräusche in der Eite. Ich kann kotzen. So. Batterie haben wir gefunden. Können wir hier durch? Ähm. Warum können wir hier nicht durch? Verdammt. Oh. Was haben wir denn hier? Das ist... Das ist... Das ist krank. Das ist krank auf jeden Fall. Tu. Bin... Bin der gleichen Meinung. So. Aber jetzt wollen wir mal... Da ist jemand gewesen. Alter. Ohne Schiss. Durch das Drehen. Hört sich das so an, als wäre hier jemand. Find Lin. So. Okay, das weiß ich. Aber hier, warte mal. Ähm. Mal gucken, was sagt er denn hier? Es sollte nichts von Miles sein. Aber... Ich war nicht alleine hier. Schau. Ich war nicht alleine hier. Ich möchte nicht wissen, was noch auf uns zukommen wird. Ach so. Da wird das nochmal so... Ach so. Ja. Wie gesagt, pausiert. Hier könnt ihr das sogar besser lesen. Aber das hier sieht eigentlich besser aus. Ja. Eindeutig. So. Und was ist das jetzt? Na. Bis wahrscheinlich werden wir die ganze Zeit beobachtet. Also, na. Sei lieber vorsichtig. Ach. Ach, guck mal hier. Das Fensterkamer. Alter. Scheiße. Wow. Also, Leute. Ein Tipp von mir. Dreht die Lautstärke runter. Alter. Hab ich mir gerade in die Hosen geschissen. Boah. Heiliger Scheiße. So. Hier befindet sich nichts. Äh. Warte mal. Was haben wir hier? Ähm. Ich befindet sich... Ich befindet sich... Boah. Ich hab grad echt Schweißausbrüche, ne? Okay. Ist klar. Abgeschlossen. Er ist versperrt. Alter. Nee. Krass. Komm. So. Aufsperren. Und hier erstmal durch. Nee. Ich... Gott. Ich will das gar nicht weiterspielen. So. Da. Okay. Ähm. Control drücken. Dann können wir hier durch. Sehr schön. Immer mit Ruhe. Wo auch immer das Geräusch gerade herkam. So. Was haben wir denn hier? Eigentlich... Verschiedene Gräber. Ähm. Hallo? Ähm. Bitte. Oh. Oh. Fuck. Alter. Alter. Anschauen sind die überall. Nee. Komm. Ach. Ja. Ja. Schnell runter. Schnell runter. Schnell runter. Schnell runter. Ach du Scheiße. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Wir werden nicht verfolgt. Hoffe ich mal. Ähm. Okay. Das können wir ja vorlesen. Klage der Hebamme. Das Kind es kommt. Bereit das Messer macht. Das Kind es kommt. Hebamme der Nacht. Mutter die dem Feind gebart. Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Refrain. Halleluja. Halt die Flut. Das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird des Feindes Blut. Vergossen hier. Wir seien verschont. Das Kind es wächst. Ihr Leib schwillt an. Das Kind es wächst. Der Höhe gesandt. It's a kid ruft und schärft die Klinge. Knie bietet frohe Dinge. Refrain. Tatsächlich. Oh. Das war die falsche Taste. Hinlegen. Ei. Also die Grafik muss ich ganz ehrlich sagen. Ist bemerkenswert. Oder was hat die Idee von der Grafik? Diese ekligen Fliegen. So hier ist nichts. Weiter. Nein. Echt jetzt? Alter. Das sind überall. Alter das sind Babys. Aber gleich wie viele. Ja genau. Und durch das Licht. Natürlich ein Kreuz. Und wir können hier drauf rumlaufen. Krank. Gleich weiter. Nee komm. Gut in Frieden. Wenn das überhaupt noch möglich ist. Ah ist das dunkel. Oh. Schöne Schaukel fett. Oh. Gott oh Gott. Das war halt zum Glück nur ein Baum. Okay. Ah ist das eine riesige Puppe alter. Hoho. Juhu. Oh Gott. Wir müssen hier weg alter. Ja ja. So. Okay. Um zu kriechen können wir auch Z drücken. Okay. Dann liegen. Also legen wir uns komplett hin. Okay. So. Das ist nun ein Haus. Was denn? Ist hier was? Wie bitte? Ach du Scheiße. Okay. Wer ist jetzt hier? Wo ist er denn? War der schnell einsam? So. Batterie haben wir genommen. Ja 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 ja. Wo ist er denn? Heilige Scheiße. Okay. Können wir uns eigentlich im Gras auch verstecken? Wo ist er denn? Der verarscht mich doch gerade oder? Ne. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Alter. Das hätte sich so an. Als würde er direkt neben mir stehen. Oh. Heilige Scheiße. Was ist das denn? What? Ne echt jetzt? Ähm. Könnten Sie mich bitte in Ruhe lassen? Heilige Scheiße. Was will das Ding? Dicken. Das. Das verfolgt mich. Oh Gott. Lauf weiter. Lauf. 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 Tür. Fuck. Wo ist es hin? Fuck. Oh Gott. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Äh. Fenster zu. Jo. Danke. Alter. Was war das? Mann oder eine Frau? Oh. Bandagen. Okay. Wir können keine weiteren einsammeln. Heilige Schiff. Batterien nehmen. Ohne Scheiß. Nee. Komm. Okay. Auch abgeschlossen? Okay. Ähm. Wir müssen wieder raus. Okay. Scheint weg zu sein. Hier ist nichts. Hier befindet sich echt nichts. Okay. Ähm. Ja. Schnell durch. Bevor das Ding wiederkommt. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Heilige Scheiße. Boah. Jetzt jagt mir bitte keine Angst dahin. Ei. Ei, ei, ei. Du kannst manche Objekte verschieden, indem du sie stellst. Okay. Also das hier. Und dann anscheinend die Leiter hoch. Okay. Sehr schön. Befindet sich da noch was? Nee. Ei. Wen? Wen hassen? Oh. Ein Brief. So, Leute. Wie gesagt. Ähm. Das können wir ganz einfach machen. Äh. Wir gucken uns das wieder an. Hier. Viel Spaß beim Durchlesen. Und es geht weiter. So. Ei, ei, ei. Okay. Wir müssen krabbeln. Ja, komm. Es geht weiter. Ei, ei, ei. Puh. Fuck. Oh, das war laut, Alter. Oh, mein Kopf, Alter. Oh, die Brille. Bitte, bitte, sei nicht kaputt. Bitte, 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 bitte. Oh. Was? Wow. Was bist du? Was bist du? Was bist du? Frau oder Mann? Frau oder Mann? Ich glaub, ne Frau. So wie das aussieht. Jupp. Hat ein Dekolleté. Ei, 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 ei. Allein die Stimme, ey. Die war ja tiefer als meine, ey. Ho. Ei, ei, ei. Okay. So. Wo muss ich lang? Ich glaub, hier raus, oder? Kann das sein? Ja. Oh, okay. Es ist leer. So, wir gehen hier noch rein und dann war's das erstmal. Äh. Mit der Kamera. Die Kamera hat ein Mikrofon und mit V können wir die aktivieren. Habe ich gemacht? Äh. Hallo? Achso, ich muss nachladen. Die Batterien sind leer. Eier. Ach, hier. Oh, da ist jemand. Seht ihr das links? Aber für links und rechts. Da draußen befindet sich jemand. Wenn ich jetzt hier hingehe, befindet sich nichts da. Gehe ich wieder dahin? Sind da welche? Okay, aber ich erkenne nichts. Ei, ei, ei. Naja, hier befindet sich leider nichts drin. So, ich würd sagen, wir verstecken uns einfach unter dem Bett. Nein, nicht auf dem Bett. Unter dem Bett. Äh. Achso. Einfach nur kriechen. Okay, ich wollte die Lettaste drücken zum... Nee, okay. Warte mal. Mit C können wir hier drunter. Mit C, okay. Naja, Leute. Dann würd ich sagen, ähm, das war's mit dieser Folge. Ich würd sagen, schaltet einfach das nächste Mal nochmal rein. Und schreibt am besten in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel haltet. Ähm, das Spiel ist auf jeden Fall vom Horrorfaktor extrem nice. Also ohne Scheiß, ich hatte vorhin Herzstillstand, obwohl das nur ein Rabe war. Und, naja. Dann würd ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Abo da, ein Like oder auch einen Kommentar, wie ihr wollt. Dann würd ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal, wenn das heißt Outlast 2. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys.